Moin, jo, bin gerade mit dem Abwasch fertig geworden und habe dabei das Real Steel Kochmesser mit abgewaschen und dann dachte ich mir, ich könnte mal wieder ein kleines Update Video zu diesen Real Steel Kochmessern machen. Ich weiß gar nicht genau, wann ich damals die Vorstellung hochgeladen habe, wie lange das jetzt schon her ist. Ich werde das mal checken und das hier unten reinschieben. Beziehungsweise den Link findet ihr auch dann unten in der Videobeschreibung. Zu diesem Modell habe ich schon mal ein Update rausgehauen, vor einiger Zeit. Das ist dann das 8 Zoll Chefknife mit diesem Walzdamast, nenne ich das mal. Viele haben damals bei der Vorstellung in die Kommentarliste geschrieben, dass das kein echter Damast ist. Und da haben die natürlich völlig recht, das ist halt, da wurden ein paar weichere Stahlsorten auf den VG-10 aufgewalzt, sodass man eine elastische Schneide hat, aber halt, beziehungsweise Klinge, aber eine schnithaltige, ja, Schneidphase. Wie gesagt, das habe ich schon mal vorgestellt. Das ist wirklich toll, das hat sich bisher sehr, sehr gut geschlagen. Beide Messer kommen mindestens einmal in der Woche zum Einsatz. Ich rotiere da immer ganz gut durch. Was ich über beide sagen kann, der Stahl ist relativ schnithaltig, schon eine Ecke schnithaltiger als das Zeug, was man jetzt so bei 50 Euro Messer aus Solingen bekommt. Ist jetzt aber auch nicht super mega schnithaltig. Aber wenn man da mit japanischen Messern arbeitet oder mit den hochpreisigen Solinger, die dann auch noch spezielle Stähle haben, besonders echten Damast, da können die nicht mithalten. Was halt schön ist bei diesem europäischen Modell, ist dieser G10 Griff. Der ist wirklich schick. Auch nach vielen, vielen Benutzungen, oft abwaschen, sieht das alles noch schön aus. Und wirklich sehr, sehr rosträg ist das Zeug. Ja, und das war die europäische Variante. Und jetzt kommt halt ein Update zur asiatischen Variante. Das war dann halt auch das 8 Zoll Chefknife im typischen asiatischen Design. Mit beiden Messern lässt sich ganz wunderbar arbeiten. Haben eine schöne, enorme Länge. Und so ein Wiegeschnitt geht damit einfach ganz, ganz wunderbar. Wirklich toll. Was ein bisschen schade ist, hier haben wir Mikata. Und das sah am Anfang ganz, ganz dunkelgrün aus. Das ist mittlerweile nach all der Benutzung, ja, und auch nach dem Abwaschen, vermute ich mal, und dem Schweiß und was auch immer, einfach relativ verblichen. Man erahnt es noch, so einen grünlich-gräulichen Ton zu sehen, aber eigentlich ist es schon sehr, sehr dunkel mittlerweile. Das ist ein bisschen schade, weil das sah am Anfang wirklich schick aus. Aber ansonsten ist es hier genauso. Sehr, sehr, sehr rostträge, anständig, schnithaltig und alles wirklich sauber verarbeitet. Nach der ganzen Benutzung, ja, da hat Reels, die wirklich tolle, tolle Messer rausgehauen seinerzeit. Und wer da zugeschlagen hat, die gab es dann mitunter im Angebotspreis für 40 Euro, der hat einen tollen, tollen Deal gemacht. Und ja, schöne, schöne Küchenmesser. Halten die Schärfe, wie gesagt, ganz anständig. Ich halte die eigentlich so gut wie immer nur über ein Leder- oder ein Jeansbrett oder ein Bettstahl scharf. Und wenn man das gleich danach, nach der Nutzung mal kurz macht, dann reicht das auch. Jo, nochmal ein kleines Update zu den Kochmessern. Leider nicht mehr zu beziehen. Vielleicht legt Reels Steel die ja nochmal auf. Sind echt zu gebrauchen. Alles klar, das war's. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.